Hallo, ich bin Jesus Bruder Bauchi. Ich bin kein Schauspieler, aber ich möchte von Herzen all den Schauspielern danken, die sich an der Aktion Alles Dichtmachen beteiligt haben. Ich finde, dass diese Aktion so wichtig und unbezahlbar war, ist immer noch, weil ihr mir wirklich die Augen geöffnet habt. 15 Jahre lang war ich Querdenker, Nazi, Verschwörungsschwurbler. Und ich habe das wirklich alles geglaubt. Aber ihr habt mir die Augen geöffnet und jetzt weiß ich auch endlich, was alle meinen, die die Politik von der Frau Merkel so gut finden. Ich sehe jetzt auch, dass sie alles richtig gemacht hat. Und ich werde ab hier auch alles, was von der Gottkanzlerin gefordert ist, ohne Murren und Knurren umsetzen. Es geht um unsere aller Gesundheit. Mein Gott, wenn ich mir überlege, wie dumm ich war. Wir könnten alle sterben. Und deswegen bitte ich euch, zieht euren Mund- und Nasenschutz an. Und bitte verlasst das Haus nicht mehr. Ich weiß nicht, warum ich mich so lange dagegen gewehrt habe. Es ist so schön, zu Hause zu sein und all diesen Menschen nicht mehr begegnen zu müssen. Ich fühle mich so wohl in meiner Isolation. Ich brauche überhaupt niemanden mehr. Einen noch, der mich verbuddelt vielleicht, aber alles andere schaffe ich von hier ab selber. Danke an die Regierung, dass ihr so für uns sorgt. Danke an die Regierung, dass ihr so für uns sorgt. Danke an die Regierung, dass ihr so für uns sorgt.